Hallo, der Zwirni ist mal wieder da. Das neue Jahr kommt und die neuen Stoffe stehen schon in den Startlöchern. Hier die Top 5 für den Januar. Auf Platz 5 hat es einer der neuen Stoff for you Exclusives geschafft. Diesen und viele weitere Blackouts werdet ihr in dieser Design Kombination nur bei uns bekommen. Das süße Herzmuster in frischen Farben macht sich super im Kinderzimmer. Platz 4 geht an den Panel-Jersey Waldfuchs. Das niedliche Motiv mutet zwar herbstlich an, kommt aber garantiert ganzjährig super an. Sichert euch die hochwertige Ware aus Baumwolle und Elastan. Platz 3 geht an unsere Bänder- und Borten-Sortiments-Erweiterung. Stellvertretend dafür haben wir die Schrägbänder mit Teddy-Motiv herausgesucht. In Creme und Rosa könnt ihr damit euer Projekt wunderbar versäubern und verzieren. Platz 2 sichert sich das ele Pelz-Imitat Puder-Rosé. Eleganter, flauschiger, wärmer geht es kaum. Und das Beste? Hier hat kein Tier sein Leben lassen müssen. Und Platz 1 ist richtig crazy. Ebenfalls ein Stoff for you exklusiv Blackout. Pink Camouflage. Was auf den ersten Blick abgefahren erscheint, lässt sich zu einer supercoolen Raumdeko verarbeiten, die garantiert alle Blicke auf sich zieht. Das war's. 2019 warten noch viele weitere Stoff for you Überraschungen auf euch. Ihr dürft gespannt sein. Euer Zwirni. 2 3 3 5 5 6 9 10 10